Hallo Leute, das ist das Best of Februar Video. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Wenn ja, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Als erstes starten wir mit dem Spiel The Forest. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich hab einfach meine Brille angespritzt und ich hab in mein Auge gespritzt, weil ich grad getrunken hab und dann dieses Geräusch gehört und dann gezuckt hab wie so ein Spast. Das klingt so falsch. Aua, ich hab voll in mein Auge gedingstet. Aua. Bitte. Hä, wo kommen die denn her? Letztes Mal waren die auch... Warte mal. Die lebt noch. Wer ist die? Ja, die tun immer alle so, als wenn sie tot. Ich mache nachher wieder ein Feuer und verbrenne die alle, weil da hab ich Spaß dran. Jetzt ist er tot. Ich bin eine Taube. Kuh, Kuh. Kuh, Kuh. Baumfell. Hallo, wer ist eine Heilpflanze? Ja, ja, das weiß ich. Das ist so eine geile. Das ist so eine geile? Ja, die Pflanze. Ach so. Was hast du denn schon gedacht? Man, ey. Du bist ein geile, ja? Oh. Oh. Ja, das sagst du auch bei der Kettensäge. Ach, du hast halt mich einfach wieder verwirrt. Hab ich gar nicht. Du hast mich einfach wieder verwirrt mit deinen Aussagen. Hab ich dann ganz durcheinander gekommen, war dann plötzlich woanders. Hast du überhaupt noch... Sprachen lernen. Hast du überhaupt so ein Rabbit-Fur für mich? Was ist denn Zeug? Ein Rabbit-Fur. Was ist das? Ein Rabbit-Fur. Ja, so ein Fädel. Nö. Kommen wir zu dem sehr krassen Fortnite-Gameplay. Gönnt euch einfach... Oh, scheiße, ja? Ich muss hier mich wegtun. Und ober vom Gebäude... Oh nein, das ist schon... Vor rechts, vor rechts. Hermann, hast du einen erwischt? Super. Ja, beide erwischt, weg. Kannst du mir meine Lieblingsbank geben? Jungen, kannst du mal aufhören, in den Alten zu reden, Alter? Hey Joel, kannst du mir meine Lieblingsbank geben? Hey Joel, kannst du mal ein scheiß richtiges Mikrofon geben, was nicht so alt ist? Wie wenn er grad in den Alten streamen würde? Hey Joel, Joel. Joel, 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 Joel. Joel. Joel, Joel, Joel. Hey Joel, mach doch mal was. Joel, Marce, Joel, warum? Ist doch alles gut mit euch. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Was passiert hier? Wir sehen gar nichts. Ich sehe gar nichts. Warum nicht? Dann mach das Auge auf. Ich sehe gar nichts. Can you hear me now? Yes. I'm under the water. We sell free. War gut. Ach man. Das war gut. Der hat richtig gut gepasst. Als letztes kommen die Mario Games. Let's go. So hart. Rote, ne? Ey Mo. 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 Jetzt bauen wir. Jetzt bauen wir. Mo. Häh.. Jesus.. Du warst.. Der ist.. Aãos! Aãos! Ne Mann.. Ach Mann.. Nee, nee.. Es kann nicht sein So der Stecher, komm ich mach aufzuhauen, ich komm nicht nimm fahren! Nein.. Digga.. Ich woh.. Ich wollte mich einfach nur überfahren. Oh, die ist geil. Oh, Autobahn lieb ich. Ist das die Autobahn? Ne, das ist die U-Bahn. Ne, oder? Das ist doch tot's Autobahn, oder? Metro ist U-Bahn. Oh, fuck. Das ist eine U-Bahn. Ja, ich hab verkackt. Junge, Yoshi, mach doch was. Einfach alles allein machen. Hey, Yoshi ist so unfähig. Real talk. Und haut mich. Rosalie! Yoshi! Yoshi, schick's ab! Tati, schick's ab! Yoshi! Er hat mich einfach... Oh, shit, jetzt kommt die letzte. Ja, ey, Yoshi, du bist so ein Ficker. Du bist so unnötig. Dich sollt man verbrennen. Dich sollt man irgendwo einfach die Klippe runterstoßen. Du bist so ein Ficker. Zum Abschluss könnt ihr nochmal Mo betrachten, wie gut er eigentlich tanzen kann. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Das sieht so komisch aus. Das sieht so komisch aus. Das sieht so komisch aus.